Katzen würden Whiskas kaufen, doch manchmal ist's zum Haber gelaufen. Denn das Problem nach jedem Kauf, wie kriegt man dieses Scheißding auf? Derweil traut Lupus durch die Stadt. Erstmal sehen, was Lidl hat. Derweil traut Lupus durch die Stadt. Hat man das Ding dann aufbekommen, ist an den Inhalt rangekommen, hat Lupus schon für sich entdeckt, dass es gemeinsam besser schmeckt.